Ich bin die Nina Engelbrecht, bin Azubi im zweiten Lehrjahr zur Pflegefachkraft. Ich habe mich für die Altenpflege entschieden, weil ich ein Bundesfreiwilligendienstjahr gemacht habe für 13 Monate und dann war ich eine Woche Praktikum in der Pflege. Das hat mir so gut gefallen, die Menschen zu begleiten. Ich habe bei der Frau Kappa die Haare gekämmt, dann habe ich sie ins Bad begleitet und dann konnte sie sich entspannen und ein Bad nehmen. Ich würde anderen die Ausbildung empfehlen, weil es einfach viel Spaß macht, man lernt viel Neues dazu, auch über Krankheitsbilder, man weiß auch fürs alltägliche Leben mehr Bescheid. Man hilft den Menschen und begleitet sie. Es ist einfach eine schöne Arbeit.